Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Livestream einer Sendung aus der E-Bike-Erlebniswelt von uns, Erhard Maud in Lauda. Wir haben jetzt die nachhaltigen Mobilitätswochen und gehen mit zwei, drei Sendungen täglich, gehen wir hier da an der Stadt. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden auch die Sendung jetzt wieder aufzeichnen, so wie immer, dass Sie uns weiterempfehlen können, falls es Ihnen gefällt und andere da auch noch teilnehmen können. So, heute ist mein Interviewpartner Sigi. Sigi, der Schrauber. Hast du heute dein Hemd an? Ne, aber das ist schön, hier ist ein Radnebel schön aufgedröselt. Ich wollte es international halten, weil Schrauber ist ja deutsch und so erkennt man sofort, das ist ein wunderschönes T-Shirt. Toll, prima. Also Sigi arbeitet seit vier Jahren bei uns im Unternehmen. Wir haben ihn sehr gern. Wir brauchen ihn. Aus dem Grund kommt er auch von Würzburg extra her gefahren. Das wäre mit dem Auto, wäre das so 45 Kilometer einfach täglich über die Autobahn, kennt ihr dann so her. Ist ein bisschen umständlich. Aus dem Grund fragen wir jetzt einmal den Sigi, wie er das denn so macht, vier Jahre lang zu uns zu kommen, ohne dass er sich einen Arbeitsplatz in Würzburg gesucht hat zwischenzeitlich. Okay, dann probiere ich jetzt mal die Frage zu beantworten. Ich fange mal so an, wie dann letztendlich mein Tag am Rad beginnt. Das heißt, das Rad steht da. Es geht dann um Klamotte. Ich ziehe mir dann irgendeine Jacke an. Ich habe eine mittlere und eine warme. Um wieviel Uhr stehst du denn auf? Sag mal. Zehn nach sechs stehe ich auf. Ja, magst du ein wenig Frühstück? Ne, ich weiss nicht, ich isst doch erst ab 13 Uhr. Es ist so ein Fasster ein wenig. An den Ohren bin ich ein wenig empfindlich und die Haube hat dann einen Doppelnutzen. Einmal warme Ohren und sie schaut dann so bescheuert aus, dass ich dann wirklich wieder froh bin, wenn ein schönes Hirn drauf sitzt. Aber du siehst dich ja nicht beim Fahren. Mach da nichts draus. Ja, ich hätte schon einen Spiegel, aber der ist ja zum Verkehr beobachten. Handschuhe drauf. Das Rad steht dann letztendlich so bis jetzt gepackt ist bereit. Und dann geht mein schöner Tag los. Entschuldigung, die Mütze ziehst aber nur in der kalten Jahreszeit auf. Die da? Ja. Also im Sommer brauchst du das ja nicht. Im Sommer gibt es dafür keinen Anlass. Also er redet es praktisch dort vor. Er fährt ja praktisch seit vier Jahren. Jeden Tag. Also praktisch nicht jeden Tag. Es gibt ja auch mal keine Arbeitstage. Aber ansonsten praktisch Woche für Woche durchs ganze Jahr hindurch kommt er zu uns. Jawohl. Genau, so ist es. Also ich bin jetzt eben seit vier Jahren bewältige meine Arbeitsstrecke, also diese Pendelstrecke mit dem Vitali. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich kenne ja gar nicht, wie es mit dem Auto wäre. Ist aber nicht richtig, weil ganz am Anfang habe ich das mal ausprobiert. Also das heißt, ich habe eben, wenn man jetzt mal nimmt, den Arbeitsweg mit dem Auto zu bewältigen. Ich fahre dann in Würzburg erst mal zwei Kilometer von mir daheim eine 30er Zone bergab, wo oft geblitzt wird. Dann komme ich unten in einen Kreisel auf eine viel befahrene Straße. Da stehe ich dann eigentlich schön im Stau. Dann sind eigentlich, erlebt die letzten vier Jahre immer wieder Baustellen, die das dann noch weiter blockieren. Ich muss dann quer durch Würzburg durch, über den Ring und dann, um endlich auf der A3 zu landen. Und die A3 war dann letztendlich mein Glücksfall. Also ich habe es vier Tage ausprobiert mit dem Auto zu fahren und muss sagen, frühs werden ein paar Minuten gespart gegenüber Vitali und Bahn. Und abends ist nichts gespart. Also da bin ich unterm Schnitt eigentlich fast eine Viertel bis eine halbe Stunde länger unterwegs, weil dann eben so eine Stausituation durch Würzburg durch ist. Oder manchmal eben dann schon auf der A3. Ganz kurz, also jetzt haben wir doch ganz interessante Informationen von dir gekriegt. Also du hast es ausprobiert, einmal mit dem Auto zu fahren, einmal in Kombination mit einem E-Bike, sage ich jetzt mal ganz neutral, und der Bahn. Und das ist ja auch das, wo unsere Politiker uns aufrufen. Mobilität neu denken. Jetzt weiß ich aber nicht, die Politiker denken es eher nicht. Die gehen ja Richtung E-Autos, Elektromobilität, aber ans E-Bike oder Fahrrad denken die eher nicht. Und auch jetzt, was die Innenstädte zum Beispiel anbelangt, dass man da mehr Radwege bräuchte und dass da mehr Geld fließt. Da ist auch wenig, was sich da im Moment tut. Also sagen wir mal so, das muss ja von der Basis her gemacht werden, gell? Leider Gottes. Leider Gottes. Hast du schon mal eine staatliche Förderung gekriegt, weil du da so fährst, dass das Bahnticket jetzt deutlich günstiger wäre? Welche Nachhaltigkeit und CO2-Ansparung? Gibt es da irgendwie einen Antrag zum Ausfüller? Nein. Also gut, noch einmal den Hinweis. Also gut. Gut, jetzt beschreibe ich mal die Alternative, also die, die ich mir dann gewählt habe. Ich bin ja dann vorher schon die Wegstrecke mit dem Vitali gefahren. Ich habe mir dann erst so überlegt, wie kann ich die Strecke dann überhaupt bewältigen, wenn man jetzt die 45 Kilometer dann so einfach mit dem Rad durchfahren, mit Elektroantrieb, das, ich habe es noch nie ausprobiert letztendlich. Sehr sportlich. Aber das wäre schon sehr sportlich. Ich fahre zwei Kilometer leicht bergab, genieße schon mal die Frische des Morgens, je nachdem zu welcher Jahreszeit und fahre dann sechs Kilometer zum Bahnhof. Und habe dann eine Zugverbindung um sieben Uhr sechs, steige in Würzburg ein, steige in Lauda um viertel vor acht aus, kann in der Zwischenzeit was lesen, kann die Seele baumeln lassen. Also ich bin auf alle Fälle, habe eine ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt mich durch Würzburg durchquellen müsste und dann, um letztendlich auf der A3 im Stau zu stehen. Und komme dann, gut in Lauda sind es ja dann nur noch ein paar hundert Meter, gut drauf von meinem Arbeitsweg im Laden an. Ganz kurze Frage, ganz aktuell ist, glaube ich, entschiedener Ersatzverkehr, welchen wo bei Gaubüttelbrunn und Würzburg, da zwischendrin? Der war jetzt nicht so lange, also der war jetzt nur eine Woche und der ist auch schon rum, aber da ist auf alle Fälle dann eben Klapprad, 20 Zoll Räder, die Lösung, weil das ist halt mein Gepäck. Also das kann ich immer mit mir führen, das kann mir nicht irgendein Busfahrer verbieten, das Rad dann in seinem Bus mitzunehmen. Also sagen wir mal so, das ist ja wirklich spannend, was du da so machst. Wir haben ja jetzt auch letzten Winter mal ausprobiert, wo es gar so garstig kalt war oder regnerisch, das Welltop, also unser Wetterverdeck, ich tue es mal ganz kurz her. Ja, dann bist du mit dem gefahren. Was helst du von dem? Teil. Hat es sich bewährt bei dir? Es hat sich bewährt. Mein erster Eindruck vom Welltop war, also bei dir ist es jetzt schon noch an einem großen Rad dran. Zum kleinen Bildteil, wenn es drauf ist, habe ich mir gedacht, oh, ob das mal ein kleines Bildteil, das man aushält. Aber ich habe es jetzt einerseits schon gefragt, also dann von, würde man sagen, von vielleicht Oktober bis dann halt der Winter ausmacht, weiß ich mal genau. Und es ist auf alle Fälle ein Komfort, also ein Wahnsinnskomfort im Winter zu fahren. Bei der Kälte, bei dem kalten Wind und bei Regen dann sowieso. Also immerhin durch Würzburg sechs Kilometer, gell? Ja, ja. So, und auf den sechs Kilometer kann man nass werden und kann frieren. Und also, sagen wir mal so, es ist wirklich, wenn Sie drüber nachdenken, Sie fahren jetzt schon mit Fahrrad oder E-Bike zur Arbeitsstelle als Pendler und es ist so eine Entfernung, wo man mal eine halbe Stunde unterwegs ist, dann ist so ein Teil daneben so komfortabel, also besser wie jede Rechenklamotte, finde ich, weil da hängst du dann, tropfst du wirklich und es wird auch nass und es wird kalt. Hier ist man geschützt, bei den Händen, im Gesicht ist man geschützt vor allen Dingen. Also man setzt sich eigentlich mit einem normalen Tageskleider, setzt man sich dann aufs E-Bike drauf und fährt dann dahin und es macht nichts aus. So, dann machen wir aber nochmal eine spezielle Sendung darüber, über die Vorteile von einem Welltop. Nur, wenn die Mobilität neu gedacht werden soll, ja, und dann helfen wir also auch durch unsere Versuche, die wir hier machen in der Praxis. Und wenn sich etwas bewährt, ja, wem soll man es denn dann sagen, außer Ihnen. Ja, so, jetzt also noch einmal zum Vitali vielleicht selber, dass du mal was sagst. Worum hast du dieses Rad gewählt, da hättest du auch ein anderes E-Bike von uns haben gekonnt? Ja, ich hätte jedes E-Bike kommen können. Tolle, große Räder. Meine Wahl ist aufs Vitali gefahren, es hat sich in der Praxis bewährt. So ist eigentlich mein Resümee. Also das heißt, ich mache das jetzt schon vier Jahre, da liegt schon der 10.000 Kilometer Aufkleber. Also ich fahre dann schon, ich habe schon einige Fahrroutine, wird man es jetzt, hat man ja beim Auto immer gesagt, haben Sie Fahrroutine. Also ich habe mit Vitali eine Gefahrroutine und das unter allen Bedingungen. Also das heißt, was mir wichtig ist, nochmal vielleicht zum W-Top, ich denke das ja immer dann ganz einfach, das ist mein Sommermodul. Das heißt, da drin ist eine Regenhose, eine Regenjacke, das Ding ist leicht, das ist immer drauf. Ich kann es oben, unten haben, je nachdem, wie ich es fahren möchte, wenn ich jetzt oben noch eine andere Tasche habe, ist es unten. Aber die Regenjacke habe ich immer, so als Modjacke. Wenn das W-Top drauf kommt, kommt das weg. Dann ist Winter, also das heißt dann verlassen das Vitali, so Sachen wie mein Fernglas zum Vögelbeobachten zum Beispiel, das brauche ich dann auch nicht mehr. Das habe ich nicht gewusst. Übrigens, du hast ja dann einen W-Top, auch da vorne die Tasche benutzt, also das Ablagefach. Da sind dann Wintersachen drin, für oben rum, für was man sich vorne reinschmeißt. Was man da noch reintun kann, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte, weil meine Frau ja kein Fleisch ist, sondern nötig. Gut, ansonsten habe ich einen Mittelstädter gewählt, weil ich habe es ja doch immer relativ beladen. Zuladung, müsste der Rucksack ungefähr 8 Kilo haben. Ich stelle den in so einen Korb, damit es einfach bleibt. Also das heißt, ich steige in den Zug ein, Rucksack ist noch drauf, löse den Rucksack, habe dann so einen Spanngurt, schnalle das am Zug fest, Vitali steht. Zusperren, du es nicht, dann kann es mir keiner aufbrechen und Angst darum, dass es wegkommt, ist es so eine persönliche Entscheidung. Ansonsten, das Faltbare greift jetzt auf meinem Arbeitsweg nicht so. Ich habe den Gedanken halt früher wieder gehabt, die Zugbegleiterin hat mir nicht die Tür geöffnet, weil wir uns kennen mit dem Bähnle. Das waren ja immer die gleichen und dann schiebe ich mir Vitali ein. Und dann sind es bei mir halt viele kleine Detaillösungen. Ich habe ein normales Vitali-Display drauf, ich habe halt noch ein zweites Display drauf von einem namenhaften Handyhersteller. Ein Schmarrt-Föhnle, gell? Genau. Ist das? Das habe ich aber nur nach Bedarf, ansonsten habe ich immer mal eine analoge Uhr. Das ist für den Arbeitsweg entspannend, weil ich halt weiß, 7 Uhr 6 der Zug. Ein großer Vorteil ist ja, ich kann in jede Innenstadt so viel Stau da ist, letztendlich von der Zeit her punktgenau landen. Immer. Zwei Minuten rauf, runter, das schaffe ich immer, da kann sie mir ja gar nichts in den Weg stellen. Klasse. Flaschenhalterung ist drin. Da habe ich jetzt ein Mineralwasser rein, aber es passt dann genauso, ist bei mir fast wichtiger, mein Kaffeebecher dafür. Ich kann jetzt zwei abwenden, je nachdem, den stelle ich mir schon mal raus. Das Wasser wieder rein. Also der Verbrauch eines Vitalis, wenn wir so von Nachhaltigkeit reden, 0,7 Mineralwasser auf 10 Kilometer, so ungefähr. Vielleicht ist es dann bei mir. Oder manchmal ein bisschen weniger, wenn es heiß ist, vielleicht nicht mehr. Aber in Strom tut es ja auch ein bisschen verbrauchen. Also ich kann doch sagen, wie viel das in etwa ausmacht. Das ist nicht so. Das ist Vitali. Weil du bist ja, also die Maschine, ja, wir sind ja so eine, also Technik plus Mensch ergibt ja dann praktisch das Antriebsaggregat. Also es ist ja im Grunde genommen ein Hybridfahrzeug, gell? Also Hybrid, das kennen wir ja. Das ist ja eine Ergänzung zwischen Technik und zwischen Mensch. Und weil beide ihre Energie einbringen, aus dem Grund sind ja eigentlich E-Bikes so sparsam gegenüber Autos zum Beispiel. Ja gut, und zu dem Aspekt ist es natürlich noch so, bei einem Auto, oder jetzt, mein Vitali, sagen wir mal, ohne schweren Rucksack und irgendwelche Anbauten, reden wir mal von 20 Kilo. Also 20 Kilo. So etwa, ne? E 80 Kilo. Also ein 20 Kilo Fahrzeug beschleunigt insgesamt ein 100 Kilo. Also transportiert ein 80 Kilo Mensch. Beim Auto. Sind es eineinhalb Tonnen. Im Schluss kann ich das selber ziehen. Es wird ein Fahrzeug beschleunigt mit eineinhalb Tonnen. Mit einer Person. Um eine Person zu transportieren. Vielleicht mal zwei oder mal drei, aber auch schon wegen einer. Ja, also da nicht Mobilität neu denken, sondern mal drüber nachdenken. Das wäre jetzt mal ein Aspekt, ne? Ganz, ja, dann noch, weil du gesagt hast, Mineralwasser, die kosten, also wir haben pro Ladung, wenn man jetzt so einen Vitali-Akku hat, sagen wir mal von 500 Wattstunden, und damit kämen wir mal 70 Kilometer, 500 Wattstunde entspricht etwa 15 Cent. 15 Cent kostet eine Ladung. So, und damit kommen sie 70 Kilometer. So, hat jemand hier aus der Redaktion irgendetwas zu sagen? Und zwar eine Frage. Passt so ein Regenschutz auch auf ein Tandem, oder gibt es da Speziallösungen? Ich habe ein Pedalpower Butterfly leider in Berlin gekauft. Schreibt uns. Was heißt leider? Gut, okay. Es ist so, bisher, ich habe schon darüber nachgedacht, kam kein Wunsch von unserer Tante, dem Kunden, dass wir einen Wähltop anbieten. Ich müsste ganz ehrlich recherchieren und frage mal meinen Lieferanten, ob das möglich ist, und dann geben wir ihnen Bescheid. Okay? Steven, das übernimmst du dann, ne? Also, die Kommunikation, ich kriege raus, ob es funktioniert. So, ansonsten, wie sieht denn Ihr Arbeitsweg aus, Herr Mott? Meiner, der steht ja heute eigentlich kaum zur Disposition, aber ganz einfach, ich bin ja praktisch einen knappen Kilometer hier noch entfernt. Und, also, sagen wir mal so, ich bin noch nie mit dem Auto gefahren, ne, es geht ja nicht immer nur Fahrrad oder E-Bike, über 50 Jahre vielleicht. Ne, also, was soll ich sonst sagen? Manchmal treffen wir uns vorne an der Ecke zufällig, aber eher selten. Ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren, bin ich ja ein begeisterter Wähltop-Benutzer im Winter, und da werde ich jetzt auch nicht mehr nass, früher nicht mehr. Also, ich weiß noch, dass ich als früher mal, wenn es ganz arg geregnet hat, also im Herbst-Winter, dass ich dann mit dem Schirm gelaufen bin, das kam vielleicht zweimal im Jahr vor. So etwas gibt es heute auch nicht mehr, Wähltop habe ich ausprobiert, in allen Wettersituationen, in allen. Du wirst nicht mehr nass, also das ist der Riesenfortschritt im Grunde genommen, auch für mich persönlich. Also, heuer im Sommer habe ich einmal ans Wähltop gedacht. Meinst du, das ist halt oft griechend, ne, dieses Jahr? Ja, da war, da war, da kam unten, es kam unten eine Kundin in den Laden und sagt, haben Sie so einen Regenschutz? Ah ja. Dann haben wir erst gesagt, ne, also die wollte einfach für ihr Gepäck was drüber. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh, die hat vielleicht im Wetterbericht gehört, dass es stark regnet. Und dann, lustige Geschichte am Rande, ich habe zwei paar Arbeitsschuhe, die einen sind offen für den Sommer und die anderen sind wasserdicht. So. Nach fünf Minuten ist mir das Wasser schon oben aus den Schuhen. Das Angenehme war dann, es war schon lauwarm. Ja, okay, also der normale Mensch, also sagen wir mal, der normale deutsche Bürger, der so etwas ja nicht mehr gewohnt ist, ne, Zentralheizungsverwöhnt und hat meistens ein dichtes Dach auch über dem Kopf, dem kann man ja nicht unbedingt zumuten, dass er bei so einem Wetter dann auch nass wird. Also, es ist ein bisschen abenteuerlich, muss ich schon sagen, ne. So habe ich auch gemacht, wo ich jünger war. Aber heute will ich es eigentlich vermeiden. Also, sagen wir mal so, wenn Sie mobil sein wollen das ganze Jahr über, mit einem E-Bike, mit einem Fahrrad, ist diese Wetterverkleidung im Grunde genommen die beste Lösung. Weil, warum man es noch nicht so häufig sieht, obwohl es es schon wirklich viele Jahre gibt, ist einfach, ich stelle mir das immer so vor, irgendwann in der Steinzeit hat einer zum ersten Mal sich einen Regenschirm gebaut, aus so einer Lederhaut, ne, hat er sich so Äste genommen, hat es rumgespannt und bei Rechen ist er mit rumgelaufen. Und die ganze Sippe, das ganze Dorf hat über ihn gelacht, hundertprozentig, das weiß ich. Und das hat er dann aber wirklich gemacht, jedes Mal, wenn es gerechnet hat und irgendwann hat es ihm einer nachgeahmt. Und das hat ein paar Jahre gedauert und dann war die Begegnung der Sippe mit einer anderen Sippe und die haben auch gelacht und dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert. Und irgendwann haben sich die Regenschirme bei Rechen durchgesetzt, gell. Manche haben es dann sogar schon im Sommer dann genommen, ne, als Sonnenschutz. Ja, bitteschön. So, ich glaube, der Herr Georg Wasserstadt hat gestern oder vorgestern schon was gefragt und zwar schreibt er, guten Morgen zusammen. Was mache ich denn mit dem Welthop, wenn ich das Vitali im Bus-Bahn zusammenklappen muss? Ist das einfach abzunehmen? Ja, also es ist so, das wird einfach zusammengefahren. Also man hat ja nicht immer das komplette Dach drauf, das ist ja nicht der Fall, sondern nur bei Rechen. Sonst ist es ja im Grunde nicht mehr lästig ein bisschen, man will ja auch der Fahrtwind und so abkriechen. So, aus dem Grund, wenn jetzt mal diese Situation kommt, dass es dann quasi regnet und Sie fahren dann an die Haltestelle hin, dann gehen Sie einfach her und nehmen das ganze Ding ab. Ich will es jetzt nicht vorführen, das machen wir da eigentlich in der Sendung. Dauert etwa so zwei Minuten, würde ich sagen. Und dann schwuppdiwupp, kommt diese Plane mit den Stängeln daneben vorne rein und schon sind sie dann drin. Also abschrauben muss man es nicht, das wird einfach wie so eine Art Verdeck von dem Cabrio dann tschak, 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 kurz zusammengemacht. Also ich nehme es nicht ab, bei mir in der Bahn ist da kein Anlass, ich kann das dran lassen. Also die Zugbegleiter, die da mit dabei sind, die sagen 20 Zoll faltbar, dann ist es mein Gepäck kostenlos und ob jetzt da so ein Regenschutz dran gebaut ist oder nicht, da ist es egal. Man will vielleicht nicht so viel Platz wegnehmen oder die anderen nicht stören, vielleicht, dass man es dann macht. Probiert man halt einmal aus, eins, zweimal und dann sieht man ja, wie sich es bewährt. Noch einmal eine Frage, Sigi, und zwar beim Schienenersatzverkehr, also das ist ja dann mit dem Bus, hast du dann dein Vitali gefaltet oder bist du auch so rein mit? Das kommt wieder auf dem Bus an, also der Schienenersatzverkehr war ja dann von Geraldtshausen nach Würzburg, das sind 15, 20 Kilometer und da ist dann manchmal so ein Reisebus unterwegs, dann tue ich es falten, also wenn ich dann herfahren sehe, dann ist das bei mir schon Routine, ich tue meinen Rucksack hinten raus, mache mir den hinten, nee, mache ich ja nochmal anders, Moment. Das du es mal uns zeigen, wenn ich das mache, duscht. Also das heißt dann duscht. Wie der Schienenersatzverkehr war, habe ich auf mein Regenpaket verzichtet. So. Dann nehme ich das so, also das ist dann so mein Rucksack samt Korb, kann ich den einhören. Okay. Und das mache ich eigentlich dann schon am Bus, also das heißt, ich lege es dann letztendlich nur noch so rein und mehr mache ich gar nicht. Also das heißt, ich habe ja noch einen Spanngurt und das mache ich alles gar nicht, und ich mache nicht den Sattel raus, weil es ist Platz genug. Okay, aber selbst schmitten der Bus mit reinnehmen, duscht es nicht. Wenn der andere Bus kommt, also diese Stadtbusart, dann stelle ich es einfach wieder rein. Das geht halt beim Reisebus nicht. Also ich habe es noch nicht probiert, aber das mache ich. Würdest du es gefaltet reinstellen oder jetzt ungefaltet, also im normalen Fahrbetrieb? Wo? In den anderen Bus. In den Stadtbus? Ja. Ja, ungefaltet. Ungefaltet. Immer, wenn ich ungefaltet reinstehen darf, dann stelle ich es immer so rein. Okay. Das ergibt es ja dann ganz einfach schon. Also mir ist auch folgendes aufgefallen, als ich die ersten Touren mit Vitali gemacht habe, mit der Bahn, habe ich dann festgestellt, dass der Zweibeinständer ganz, ganz wichtig ist, denn auf dem Seiteständer, gesetzter Fall, man will es falten, dann steht es nicht richtig. Geht zu mir. Und zwei Beinständer sind wesentlich stabiler im Zug, also man ruckt dann das Fahrzeug so an die Seite hin, an der Gang, dass man schön durchlaufen kann. Also das ist perfekt so gelöst. Das ist übrigens ganz so einfach so einen Seiteständer zu finden, der zum Beispiel auch stabil ist und wenn man wie tausendmal klappen kann, ist immer noch stabil und hat sich noch nicht verbogen. Nee, der hält. Die Zeit schreitet fort. Gibt es im Moment noch irgendwelche Fragen draußen aus der Zuhörer- und Zuschauerschaft? Ja gut, okay. Dann, was haben wir denn noch Schönes zu erzählen von dir? Ganz kurz vielleicht, ich habe jetzt eine Sendung gesehen im hessischen Rundfunk, da ging es also auch um Mobilitätswende und Energiewende und Klimaschutz, also dieses ganze Paket. Ich habe die Sendung jetzt mit dem verlinkt, mit unserer Seite der nachhaltigen Mobilitätswochen. Also man findet das dann irgendwo, so ein Klick, in der Mediathek. Und das ist von einer netten Redakteurin, ist das da recherchiert, wirklich gut. Die nimmt zum Beispiel die Stadt Kassel als autofreundliche Stadt. Das ist die autofreundlichste Stadt immer Deutschlands gewesen. Kassel war komplett zerbombt im Zweiten Weltkrieg und dann hat man dann in dieser Aufbruchstimmung, hat man sich gedacht, jawohl, wir machen jetzt eine autofreundliche Stadt, menschenfreundlich. Hat man damals noch nicht so gekannt. Das war ja auch Griech gewesen, das ist ja auch nicht so menschenfreundlich, Griech, gell. So, und das war so schlimm, die Situation in Kassel, dass da also so eine Hauptverkehrsader hier durch Kassel durchgeht und die zerschneidet die Stadt und furchtbar viel Verkehr und Gestank und Lärm. Und das setzt man jetzt schon an, versucht Radwege rein zu integrieren und gibt auch jetzt ein bisschen Geld auszuführen. Ein bisschen. Schauen Sie sich die Sendung mal an, die ist wirklich interessant. Sie sucht auch Lösungen, was das Fahrrad und E-Bike anbelangt. Es gibt jetzt auch Fahrradschnellwege, da stellt sich auch einen vor. Es geht nicht so richtig voran, weil das Genehmigungsverfahren ist ja ähnlich wie beim Flugplatz in Berlin. Hat man das mal genehmigt, dann kommt schon wieder eine neue Vorschrift und dann geht es schon wieder nicht. Dann muss man auch über Eigentümer hinweg fahren, die da auch ihr Land zur Verfügung stellen müssen. In China geht es schneller. In Deutschland braucht es halt eben so eine Mühlen, die es da so mahlen. Also man hat es leider Gottes erst drei Kilometer. Und ganz kurz noch zu dem Thema, wäre für dich ein schnelleres E-Bike, 45 kmh, S-Pedelec, für dich ein Thema? Ich habe schon mal darüber nachgedacht. Es käme eventuell in Frage, wenn ich die ganzen 45 km mit dem Fahrrad bewältigen möchte. Dann ja, gell. Aber, Vorschriften hast du ja schon was dazu gesagt. Es käme bei mir nur in Frage, wenn ich dann auf dem Fahrradweg fahren dürfe. Und das darf ich nicht. So, und der Grund? Kennst du den Grund? Sag mir den. Doch, ich weiß es. Also jetzt auch für das Publikum, weil sie irgendwo in der Politik auch tätig sind oder so. Ich sage Ihnen jetzt kurz die Hintergründe, so wie sie mir gesagt wurden. Ich habe es nicht überprüft. Und zwar bei dem Gesetz, also wie man dieses Gesetz regelt, muss wohl diese Berliner Gesetzesmacher, müssen wohl den ADFC in Berlin gefragt haben, über die 45 kmh haben. Und die haben denen gesagt, nein, nein, verrate welche, ist das nichts. Das wollen wir nicht. Und dann haben die das abgenickt und haben gesagt, wenn es der ADFC sagt, muss es wohl so sein. Jetzt habe ich darüber nachgedacht und kam zu folgendem Schluss. Diese S-Pedelecs brauchen ja ein Kennzeichen. Und wenn ich in Deutschland ein Kennzeichen brauche für so ein Fahrzeug, das nennt sich dann, ich weiß es nicht mehr so, Leichtkraftrad oder irgend so in die Richtung, dann braucht man auch einen Führerschein, eine Fahrerlaubnis. Und da macht man ja normalerweise eine Prüfung dafür. Also das bedeutet, man geht also beim ADFC und bei den Gesetzgebern davon aus, dass die Leute, die eine Prüfung machen für dieses Fahrzeug und abschließen, dass die die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht kennen und schneller fahren. Also das würde ja bedeuten, jeder Autofahrer und jeder Motorradfahrer hält sich nicht mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern fährt einfach drauf los. Also so geht man davon aus, dass es die Fahrer und Fahrerinnen auf S-Pedelecs machen. Also die führen im Grundnummer ihre eigene Führerscheinpflicht ad absurdum. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ich konnte nur mir im Kopf schütteln über diese unpraktische Entscheidung. Und ja, ich sage Ihnen, gäbe es jetzt weiter diese Information, denn so ein Blödsinn. Die Firma Riese & Müller, die wir auch vertreten hier im Haus, die sind wirklich führend in schnellen E-Bikes, also S-Pedelecs. Die bieten, weiß Gott, wie viele unterschiedliche Modelle an. Und jetzt gerade im Stadtverkehr, also das ist ein Projekt von Markus Riese, der da sagt, ich hätte gern die E-Bikes, dass ich besser mit dem Verkehr mitfließe, dass sie schneller sind. Man fährt im Grundnummer eine Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist so zwischen 2, 30, 3, 30, schneller ist man nicht im Schnitt. Also sagen wir mal so 10 Kilometer schneller gehe ich über einen normalen E-Bike. Aber man kommt dann doch über eine längere Strecke, so über den Radweg, lauter Bad Mergentheim, 10 Kilometer, könnte man ja ruckzuck da hinkommen, ich habe es ausprobiert. Aber in Deutschland ist das ja offensichtlich nicht gestattet. Aus dem Grund bremst man im Grundnummer diese Möglichkeit aus. Ja, also das hier mal zu dem Thema, meine Meinung da dazu. Gibt es vielleicht nochmal letzte Frage zwischendurch? Gut, dann würde ich sagen, denken Sie über neue Möglichkeiten Ihrer Mobilität noch, gerade als Pendler, ob Sie es kombinieren können mit der Bahn, ob Sie es dauerhaft machen können oder nur als Schönwetterfahrerin. Es gibt viele, viele Möglichkeiten heute. Wir können die Welt nicht retten, wir können das Klima auch nicht retten, aber ist es eigentlich für dich ein persönlicher Vorteil, jetzt mit Vitali unterwegs zu sein? Also du hast es geschildert, anfangs, wie umständlich das mit dem Auto ist, dass es ja im Grundnummern Stress ist, im Stau und hin und her, man kämpft sich dann da auf der Autobahn durch und wie entspannt es mit dem E-Bike ist. Und ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, jeder Mensch macht nur das, wenn es einen Vorteil für ihn bringt. Der Vorteil noch einmal für dich, jetzt mit dem Vitali und dem Sucher herzukommen, zur Arbeit, ist jetzt noch einmal mit zwei, drei Worte ausgedrückt. Aber das geht nicht mit zwei, drei Worte, weil das ist ja viel zu viel, was da... Dann sagst du noch einmal eine so... Ich kann ja nicht meinen Nutzen dazu sagen, sondern es beeinflusst letztendlich das ganze Lebensgefühl, das so zu tun. Das Lebensgefühl... Das heißt, ich steige nicht früh in ein Auto und habe schon irgendwo den Schreck vom Stau, der wahrscheinlich ist, vielleicht auch nicht, sondern ich setze mich auf das Rad und ich nenne es einen Luxus für mich. Also ein Luxus im täglichen Leben, das Ding zu fahren. Ein anderer Aspekt ist, Fahrradfahren erzeugt bei mir ein Glücksgefühl, das kann ich nur auf dem Fahrzeug haben. Du weißt ja, ich habe einen Esel jetzt einmal ausprobiert, so eine Eselwanderung. War schön, aber ein Esel ist es nicht. Sondern in der Freizeit, wir reden von der Freizeit, jetzt nicht vom Arbeitsweg, ich möchte jetzt nicht mit einem Esel darüber, sondern habe ich mal ausprobiert, weil ich mir denke, es ist ja auch Drahtesel, Esel, du machst mir einen Vergleich. Sind alle Punkte zugunsten vom Vitali. Gerade wenn ich dann nochmal an den Antrieb gehe, warum Vitali, ich muss ja nicht Druck auf die Pedale tun, damit es losfährt, sondern über den Sensor bewegt. Bei mir ist es der Knietherapeut. Ich habe ja noch einigermaßen Beweglichkeit jetzt wieder vom Knie, die war schon viel schlechter. Und wenn ich mal ein paar Tage nicht mitbewege, wird es wieder schlechter. Und so ist es optimal. Es sind so Kleinigkeiten, vom Handling dann am Rad, ich habe mir so eine Tasche probiert, da hinten drauf, habe sie wieder weg, weil mir ist es wichtig, dass ich das Ding heben kann. Beim Rauchtragen sagt mir, ich weiß gar nicht, wer gefragt hat, der Steffen hat gefragt, ob er mir helfen soll. Aus Überzeugung trage ich das Ding allein. Rucksack mache ich mir hinten drauf, nehme das Rad und bin unterwegs. Das hat ja auch einen schönen Griff dran, gell? Genau. Wo es gut ausverlustet ist. Das wäre vielleicht nur so zur Faltrad-Auswahl dann eins. Ein Faltrad ohne Tragegriff, also wo man das Ding dann wirklich hochheben kann, kämpfe mich nicht in Frage. Tragegriff, der Lenker soll höhenverstellbar sein. Das sind so wichtige Punkte für den Fahrkomfort. Und ansonsten ist es, haben wir jetzt nicht die Zeit, das alles zu erzählen, wie mir das eine Freude macht, dass ich mit dem Rad meinen täglichen Arbeitsweg bewältigen kann. Gut, also dieses Glücksgefühl, das kann man sich jetzt, das will ich gerade noch als Abschlussorger auch. Ich habe ja in einer anderen Sendung jetzt gesagt, welches das Glücksgefühl ich habe, das ich empfinde. Wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin, ob mit dem Fidderli oder mit dem anderen, und wie dann so nach einer halben Stunde dann auf einmal durch die Bewegung, durch die Natur, durch die frische Luft sich dann bei mir eben die ganze Stimmung hebt. Die Industrie möchte uns das suggerieren, das Glücksgefühl, das bekommen wir nur, wenn wir, sagen wir mal, ein sehr wertiges Produkt kaufen. Also ein teures Produkt. Vielleicht bei einem Auto, selbstfahrend und was weiß ich, alles was die dann können. Und dann setzt man sich irgendwie so rein und soll dann das Glücksgefühl haben. Ich habe in meinem Leben festgestellt, wenn man sich auf irgendetwas gefreut hat, was dann, sagen wir mal so, nicht ein E-Bike war, sondern irgendetwas halt so, diese Freude hört dann relativ schnell auf. Dann kommt die Praxis und dann hat man eigentlich nichts mehr. Wenn man sich aber was Nachhaltiges kauft, das, sagen wir mal, so wie ein E-Bike oder ein gutes Messer, wenn ich ein gutes Messer in die Hand nehme, ich schneide einen Apfel, dann freue ich mich jedes Mal, wenn ich das Messer nehme und schneide einen Apfel durch, weil das Sitt macht und dann ist es geschnitzt. Das empfinde ich als Glück. Und das Glück ist im ganz Einfachen und oft im Reduzierten zu finden und nicht im Großen Konsum. Denn Konsum ist letzten Endes das, was unsere Welt so belastet mit allem Möglichen, mit Ressourcenverbrauch und, und, und. Das ist eigentlich dieser Industrie gewollte Konsum. Und Sie können entscheiden, ob Sie nun Konsument, Verbraucher oder Gebraucher sind in Zukunft. Ich habe mir ja die Beiträge angeschaut, gestern, vorgestern, wo ihr das so beschrieben habt. Ihr macht halt eine kleine Fahrradtour, ich kriege das ja dann live mit, wenn ihr startet und ihr freut euch wie die kleinen Buben darauf und so weiter. Und habe darüber nachgedacht. Ich bin da auch nicht neidisch, wenn ihr losstartet, weil ich habe das ja jeden Tag. Ja. In meinem, ne, hast du ja verstanden, in meinem Rahmen habe ich das jeden Tag. Und das möchte ich ja eigentlich mal so den Zuschauern, Zuhörern mitgeben. Dass man das einfach integrieren kann in sein Leben. Durch, ja, jetzt durch so ein Faltrad. Kann man das machen, dass man eben mal andere Sachen ausprobiert. Dass man flexibel sein kann. Ich kann mir das Ding ins Auto legen und wieder zurückfahren. Oder damit hinfahren. Und ich kann das kombinieren, wie man möchte. Und das möchte ich eigentlich mitgeben. Also so ein Glücksgefühl. Wenn ich jetzt sagen würde, habe ich jeden Tag, das wäre übertrieben. Aber ich habe es wirklich total oft. Na, immerhin. Und vielleicht, ohne dass du was einschmeißen willst, oder schlugst. Vielleicht, damit ich ja das noch loswer mit dem Weltop, was man reintun kann. Ich habe das Glücksgefühl dann schon verstärkt beim Heimfahren. Da fahre ich dann heim zu meiner Frau. Freue mich. Und wie das Weltop neu war, also jetzt an meinem Rad neu montiert, ich fahre dann immer so auf den letzten drei Kilometer an einem Edeka vorbei. Und da ist so ein Grill manchmal, da werden Magrelen gegrillt. Und mein Karin isst ja kein Fleisch, sondern Fisch isst sie ja. Also du würdest sagen, ein Peschketarier ist die. Und dann hat es mit der Magrele immer nur dran gescheitert, wo soll ich sie denn hin tun? Und die ist ja schon, wenn der die schon runter macht, so eine Magrele. Aber jetzt schau mal, beim Weltop ging genau die Magrele rein. Und dann kam Sturm. Meine Heldentat waren die, ich habe dann meine warme Jacke ausgezogen, und habe die Magrele angepackt, dass die daheim noch warm ist. So, also das jetzt als Schlusswort, bringen Sie Ihre Frau Beute mit nach Hause oder Ihr Mann, die freut sich drüber. Und dann gibt es wieder Pluspunkte. Also, wir freuen uns, wenn Sie uns wieder die weiterverfolgen bei unserer Sendung, weil Sie uns weiterempfehlen. Und wenn Sie Lust kriechen auf Glück, Glücksgefühle, kommen Sie einfach mal zu uns nach Lauda und täschten unser E-Bike. Und tschüss. Tschüss.